die menschen wir hätten sie immer noch so wie wir es als 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 wir es gehabt haben als kalder rauskommt es wurde wirklich eine zeit lang wirklich jedes zweite geben mindestens einen hacker hat das es war keine ahnung das war ja ganz schlecht was habe ich für ground und eigentlich davon wird das wirklich jedes zweite game hat es so einen cheater es war unglaublich mit pech hattest du jedes game cheater es den anticheat noch nicht gab es war ja ganz schlimm das war ja ehrlich das war ganz 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 schlimm hallo in die lobby er steht noch nicht mein any nicht gegner so ein ding so ein ding weil nicht dieses jetzt einmal die wochen cheater bekommen das ist ja komplett krank also wirklich komplett 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 krank ist so schön ehrlich es ist so schön also wer sich heutzutage jetzt noch über cheater aufregt wirklich verloren 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 er ist einfach die fliege alter ok in schissing sehr denn ehrlich wer ist er denn die fliege ok ok cool 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 sympathisch warst du die fliege kingkong bitte sag mir du warst die fliege du warst die fliege die fliege wieso nennt man sich die fliege gegen kong ich frage für einen freund ich frage für einen freund ist ein cooler name don't get me drunk aber ist so random weil freunde mich immer fliege nennen deswegen deswegen unbedannt ok macht Sinn macht 100% Sinn bin ich bei dir ich frage für einen freund 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 weil du da nicht drüber gehen kannst du musst drüber springen dieses game wieder das ist so typisch warstens wieder gewesen ist das ist ein warstens tot gerade holy shit das war ja ähnlich steps ja mit pilskund sprays ständig im chat ist ähm modarbeit wird hier dann auf jeden fall groß geschrieben geben dann ganz viel arbeit mit den zweien ständig Alan Bishop hätt ich gefühlt Sanneど Riesenplus eins aran Toxikal. Muss der Name. Erstes Up ist der wichtigste. Ich sag jetzt mal ja. Ja, Crank. Bei dir ist der erste Up der wichtigste. Okay, bei dir ist der erste Up der wichtigste. Sorry für sich, ich glaub das Spielmeister ist dir besser leid, ne? No, wofür. Oh, wie bist du? Auf Rebo ist sogar besser mit Waffen-XP. Oh, okay. Okay, okay. Wo ist der? Hä? Wo ist der hin? Wie kann er sein? Was passiert hier? Ich habe den Kill nicht bekommen, oder? Ah, er ist disconnected. Nevermind. Er ist disconnected, nachdem er geselfest hat. Natürlich, natürlich. Warum komme ich da nicht selbst auf? Self-Revive und Quit, hundertprozentig. Hundertprozentig. Und wenn es Sinn macht. Und was anderes würde es keinen Sinn machen. Oh, der Prinz ja auch so lange gedauert. Ehrlich. Oh, der Prinz ja auch so lange gedauert. 30%, ich weiß nicht. Ich spiele den relativ gut zur Zeit. Ich weiß nicht warum. Ganz kurios. Aber nehmen wir mit, ja. Nehmen wir mit. We are big chilling. Komm, Jui, wie zeigt drei Leute an, bitte. Wir sind zwei. Wir sind drei. Wir sind drei. Nein, Schatz. Oh, Digga. Man kann nicht so joken. Oh, das war ein Free-Kill. Das war ehrlich lost. Das. Sehr interessantes Mode gewesen da auf jeden Fall. Der Kollege muss aber auf jeden Fall raus. Ich weiß wo, ich weiß eigentlich immer noch, wo alle drei sind. Einer kämpft immer noch hier im Haus. Wo hast du gepräzt? Ich bleib mal einfach hier stehen präventiv. Gut stehen geblieben. Und einer muss Südwesten sowas um den Dreh sein. Nein, ich habe genau das Picke im Bound, den ich fertig bekomme. Scheiße. Halbe Sekunde oder so hätte gefehlt. Ärgerlich, aber ehrlich. War das so unlucky, Mann. War das so unlucky. Kei. Hm. hmm das ist ein scheiß Rotation No. Okay.